Guten Morgen, heute ist der 1. Jänner 2014. Wir sind soeben in Grand Cayman angekommen. Unsere Tenderboote wurden schon zu Wasser gelassen. Mit diesen werden wir vom Schiff zum Land gebracht. So, jetzt besteigen wir nun das Tenderboot. Hier am Hafen werden die Ausflüge angeboten. Zu Stingray City und zu den Schildkröten und zum Schnorcheln. Hier ist der Hafen von Grand Cayman. Auf Grand Cayman gehört es zu Großbritannien. Der Hafen von Grand Cayman gehört zu Großbritannien. Wir haben hier ein bisschen mit einer Bananageschmack. Ich habe einfach raus und vergesst dieses Rum-Cake. Deswegen sind wir da. Ich nehme das mit Bananageschmack. Ja. Fisch geht. Senka Limonema. Ich verkoste jetzt Tortuga Loam mit Mango Geschmack. Ja, ganz schön süß. der Knie auf dem Guck, die Luftgeistung ist in der Nähe. Das war die Runde. Hier sind die Runde. Wenn die Runde mit dem Guck-Wir zum Guck-Wir sind. Ich habe den Guck-Wir. Die sind die Runde. Die sind die Runde. Sie müssen die Runde nicht draufstehen. Die sind die Runde. Die sind die Runde. Die sind die Runde. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Heute ist der 1. Januar 2014 Ich stehe jetzt hier am Strand des Seven Miles Beach auf den Cayman Islands und das Wasser hat bestimmt 28, 29 Grad Da gehe ich jetzt baden rein bevor ich mir einen Pataten Corona-Auffett am Strand bache Ich stehe jetzt hier am Strand des ZDF, 2020 Und nun kurz vor 6 Uhr geht die Sonne hier in Grand Cayman unter Ich stehe jetzt hier am Strand des ZDF, 2020